Also ich nehme mit von dem Stream, dass wir nur an der Oberfläche gekratzt haben. Es gibt so viele Facetten und Aspekte, die wir nur streifen konnten, aber es wäre eigentlich wichtig, dass man da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe und in die Breite geht. Und mir ist klar geworden, und das wusste ich eigentlich schon vorher, KI ist einfach ein gutes Werkzeug, was in vielen Startups benutzt werden kann. Nur muss man wissen, wie man dieses Werkzeug benutzt. Ganz ähnlich, wie man irgendwann auch gelernt hat, wie man mit einem Füller schreibt. So muss man eben lernen, okay, das ist der Fall, wo ich KI benutzen kann und da ergibt es Sinn und da vielleicht nicht. Ich finde es sehr gut, dass es den KI Campus gibt, weil ich bin immer für Fortbildung und Weiterbildung und Nachbildung und was auch immer. Und dass es eben da eine Anlaufstelle gibt, um etwas über KI zu erfahren, ist total wichtig.